Willkommen zurück zu Stadio Valley. Wir hatten beim letzten Mal, den letzten Malen, das Desert Festival mit erlebt und ich denke im Großen und Ganzen haben wir das eigentlich ganz gut gemeistert. Am letzten Tag haben wir vielleicht ein bisschen zu spät den Bus genommen, das heißt wir hatten nicht unendlich viel Zeit und konnten am Ende das Skullcavern Quest nicht mehr abschließen. Aber es geht in Ordnung. So, gucken wir mal, der 18 ist also noch 10 Tage bevor der Frühling endet. Und Light Breeze, wo gibt's? Fortunteller erzählt uns Very Happy Today. Müsste man eigentlich überlegen wieder zu Skullcaverns zu fahren, um zu gucken was wir da machen können. Living of the Land hat mal wieder ein Tipp und zwar Let's Talk Honey. Ja, die steht neben mir. No, not you, Cindy. I'm talking about the sweet product made by our friends, the bees. Here's the thing. If you've got some flowers blooming near your bee house, your bees can produce flavored honey. Otherwise you will only get white honey. Pretty sweet, it's honey, yes. Huh? Hey girl. Go ahead and start your day, honey. I'm just putting on my make-up. Wo auch immer, dass du dann nicht da drunten machst. Aber hey, whatever. Gut. Wir haben ein paar Sachen, die wir scheinbar noch einsortieren dürfen. Unter anderem ein Schwad. Aber ich würde mal sagen, das wandert einfach hier rein. Das wandert dort rein. Die Mickey-Maus-Sachen plus das Omni-Shot sind ganz cool. Aber das, was wir aktuell haben, gefällt mir schon fast besser. Auch wenn ich kein persönlicher Beanie-Mensch bin. Gut. Ein paar Sachen haben wir hier definitiv, die wir noch hier einteilen können. Und fragt mich bitte nicht, warum Wife jetzt hier meinte, einen Stuhl hinzustellen. Ganz ehrlich, kann ich den wegstellen? Yes. Kannst du da in der Ecke haben? Habe ich nicht das Problem? What happened hier? Warum ist das darüber gewandert? Wäre ich das? Hm, I don't know. Gut. Was machen wir mit den Fischen? Ich hätte ja schon mal angemerkt, die machen so grob das gleiche. Cactus-Seeds. Ich meine, hier vermutlich ist das Beste den... Den einen könnte man überlegen aufzuheben. Einfach so als Backup. Den verkaufen und den werde ich vermutlich weiterverarbeiten, dass falls in der Zukunft nochmal sowas verlangt wird, dass ich da für Bait hätte. Aber wenn ich jetzt schon mal sage, das werde ich vermutlich dann, wenn es soweit ist, vergessen. So, beginnen wir erstmal hier mit dem simplen High-Weiß-Brot. Wir, wie einige König genau, schmeißen das da rein. Das da rein. Das wandert nach unten. Die Geods wandern... Huh, spielen. Die Geods wandern in den Crusher. Wenn ich dann noch hier wieder feststellen darf, hier müssen wieder Sachen abgearbeitet werden, aber ich sag mal, solange wir so halbwegs mit dabei sind, sollte das eigentlich nie wirklich voll werden. Oh, unten Obsidian. Die sind immerhin was wert. Ein paar dabei, die was wert sind. Gut. Wir haben vermutlich ein paar Sachen, die da rausgezupft werden dürfen. Das dann noch da rein. Haben wir keine Erdbeeren mehr? Okay. Ich dachte, ich hätte da ganz bewusst immer so ein, zwei krumm herumliegen gehabt. Aber nope. Gut. Das da hinten ist alles nichts. Hier ist nichts. Ja, also da ist weiterhin die Situation. Klar, man sagt gerade hier so ein paar Sachen, aber im Großen und Ganzen, man hat nicht diese großen Paydays, wenn man es mal so nennen darf. Der Strauch da genau davor. Wie man es aus der Standardfambe kennenlernen darf. Oh, Cauliflow war ich nicht. Okay. Ich glaube, ich war auch nicht bei der anderen Sache drin. So, meine Freunde, guten Tag. Die große Überlegung ist mit dem Geld, was wir aktuell haben. Vielleicht gucken wir auch noch mal ganz kurz, wie es finanziell, nicht nur finanziell, sondern vom Materialwert auch aussieht. Wer hat Menge, ist das Wort. Ob wir nicht jetzt auch schon den letzten Coop erstellen. Ich denke, das wäre durchaus hilfreich. Wir wollen aber definitiv noch das eine Secret abschließen. Deswegen haben wir auch die Rabbids Foot überteuert, wie es ist, gekauft. Und der Rest müsste ja soweit... Ja, genau, das ist die Falschkiste. Da wollten wir das noch abgeben. Dann gucken wir jetzt noch ganz schnell, ob irgendjemand einen Quest von unseren Fischis hat. Hier, das gefällt mir gar nicht. Also ich habe kein Problem, dass hier die wachsen. Aber ich möchte immer so ein bisschen einsehen können auf die Sachen, die ich eingepflanzt, aufgestellt oder ähnliches habe. So, keiner von euch will was von mir. Okay. Ein Acon. Ja, okay, wir haben ein paar Sachen. Jetzt natürlich das Baumfeld bekommen. Das noch schnell da rein. Das Ding darf weg, weil ich keinen Nutzen dafür habe. Ich würde auch sagen, das ging halbwegs zeitlich in Ordnung. Dann gucken wir einmal ganz kurz... Oh, Abigail will was. A Green Algae. Okay, richtig. Da war was. Okay, ist sogar gut. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich habe nämlich den Coop schon im Hintergrund offen. 20.000, das hätten wir. Wir haben auch noch genug, dass wir den Bus immerhin nehmen können. Wood 500, Stone 200. Okay. Ja, gerade so. Sieht es mit Wood aus? Okay, da ist sogar mehr als genug. Gut. Dann... Gut, haben wir das genau. Green Algae. War das wirklich einer? Ich meine, ja, wenn man kein Fischer ist, dann hat man da vermutlich nicht die Pfoten dran. Okay. Gut. Dann lasse ich mal ganz kurz erst mal das da oben erledigen. Into the Mines. Ansonsten, so wie man das bisher so ein bisschen beobachten durfte, habe ich das Gefühl, dass man wirklich in Pelican Town kaum Quests bekommt, die mit den Skull Caverns zusammenhängen. Was ich nachvollziehen kann, weil die paar Leute, die da scheinbar solche Aufgaben diesbezüglich geben, die Nebenhalt hier beziehungsweise waren schon mal selber in den Mines unterwegs. So, Farm Building Deluxe Coop. Zwölf Stück. Kommt zu sein Auto-Feed-System und unlocks Rabbids. Das ist das, was wir haben wollen. Gut. Okay, aber start working on your Coop. Upgrade first thing tomorrow morning. Ja, ich habe natürlich auch schon so ein bisschen überlegt zugeben. Ich habe jetzt nicht zu 100% genau das Layout von dieser Farm vor Augen, aber ob man nicht, und das ist ja nochmal hervorzuheben, ich will irgendwann gucken, noch einen zweiten Coop und einen zweiten... Schick hier. ...und einen zweiten Bahn zu bauen. Ob man dann ganz spitzelt den Coop da lässt, wo er war, einfach weil er das Spiel gestartet hatte. Kale. Delicious Kale. Okay. Oh, what's happening here? Gus, I have just the thing for you. I'm all ears. It's a band of locally sourced organic heirloom veggies. What the fuck are heirlooms? In der Hinsicht. These are handpicked and sorted to ensure only the very finest in quality and taste. This is a once in a lifetime kind of offer. That sounds pretty good. I could use some quality veggies for the saloon. How much does it cost? Only... What was that? Haha, for a moment there, I thought I heard 25,000 G. That's right. It really is a bargain, isn't it? Yeah, are you crazy? There's no way I could afford that. I would have to sell the saloon. I overheard the price. That's outrageous. You should be ashamed. Wait, how about 10,000 then? No way. Let's make out. It's a disaster, Robert. I thought this was a surefire business strategy. But it turns out no one is willing to buy vegetables at a 10 time price makeup. What the fuck? Can they not buy the Simpsons? Even if I put a little organic stick on them. You win some, you lose some. You should be less greedy. I'm offended they didn't want my veggies. Your veggies look great, Robert. It's Piers Price that turned us away. By the way, Robert. You look like you could really use a veggie dinner tonight. What do you say? Want to buy the bag for the low, low price of 2,501 G? Yeah, okay. Can definitiv verstehen, warum Leute den Kollegen nicht leiden können. Hey, Abigail. I don't feel like doing anything today. Ja, wie gerne ich das gleiche behaupten würde. Hmm, this isn't as exciting as I thought it would be. Lass mich raten. Du wusstest nicht, was du dir gerade gewünscht hast. But that's not your fault. Thanks for responding. Yeah, sure. 45G. Weiß nicht schlimm, ich mach den ersten wirklich nur, damit ich schneller an die Tickets komme. Mir geht es da nicht ums preisliche. So, Kale. Okay, aber vorher gucken wir nochmal schnell. Also hier nochmal hervorzuheben, das war einer dieser Secret Notes, wo man hätte durch ganz Pelican Town rennen müssen, um dann hier hinten hinzukommen. Hey, Kat, I need a lucky break. Why don't you bring me a rabbit's vote? You received a special charm. You feel an aura of good fortune surrounding you. Luck is permanently increased. Ooh. Okay, dessen war ich mir nicht bewusst, dass das überhaupt eine Sache ist. Nice. So, ist da irgendwo eine Hervorhebung? Aber ich glaube, das hat mir eh nie so gehabt. Okay. Okay. Ah, 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 ah. So, was wir jetzt wollen, ist zurück zum Bus. Stopp. Unser Zeug zu Hause abliefern und dann tatsächlich in die Wüste. Wenn uns das denn mal tatsächlich nicht erlaubt wird. Man könnte auch überlegen, noch ein paar extra Sachen abzulegen. Sollte man das auch ernsthaft tun, damit man tatsächlich nicht mehr Platz hat. Weil es sind dann wirklich einfach nur Slots, die gefüllt sind, damit man... Dann nichts anfangen darf. Achso, ich muss doch das eine... Mache ich das eine K jetzt? Äh, Kollege kann warten. So, wir brauchen keine Watercam, wir brauchen keine DISS, wir brauchen keine DISS. Wir könnten aber trotzdem mal die Pan wieder mitnehmen. Die Home müssen wir leider immer dabei haben. Die Iridium-X denke ich mal nicht dringend. Aber auch da halt aufpassen müssen. Wir müssen irgendwann doch mehr Holz wiederholen. So, halt. Sorry. Wir hatten ja noch was anderes hier vorbereitet. Und das sollten wir vielleicht mal dann auch jetzt umsetzen. Und zwar die Idee, wirklich eine Box vorzubereiten. Damit wir Sandy jedes Mal was mitgeben können. Ohne wirklich was mitschleppen zu müssen. Let's go. Oh, hier ist so viel Zeug. Nice. Das Gute ist ja wirklich, hier ist sonst überhaupt nichts los. So, das heißt, also Dandelions waren ja eigentlich auch ihr Ding. Dementsprechend, da ich, dass ich keinen größeren Nutzen dafür habe. Moment, ist heute überhaupt noch ein Tag, wo ich was hier ihr schenken darf? Nope. Okay. Ich kann jetzt zwar trotzdem noch mit dir reden. Äh. Deswegen hat man die hohoho weiterhin dabei, damit man, oh, zum Beach. Ich meine, nicht 100% ideal. So, wir hatten genau hier nochmal einen Kokosnuss, sonst lasse ich ganz bewusst liegen, weil ich die nicht verarbeiten kann aktuell. Ich kann man die auf dem Rückweg mitnehmen, weil es trotzdem bezweifelt, dass es passiert. Sollte klar sein, wir sind weiter auf der Jagd nach Endeffekt einfach nur Wertvollem. Uh. Wow. Wir werden hier gleich mit was wirklich Wertvollem. Äh, ja, okay, warte mal. Äh, hallo? Definitiv auf die 1 geklickt. Let's go. Okay, mehr Luck aber auf jeden Fall bedeutet, dass, wenn ihr vielleicht auch nur marginal, fragt mich nicht, wie viel das dann wirklich ist. Aber wir jetzt immer die Chance haben, vielleicht was Besseres oder mehr zu bekommen. Ohne aus. Und ganz bewusst hier, ja. Wäre da nämlich eine drin gewesen, hätte er mehr Platz nach oben gehabt, um wegzuspringen. Wir sollten aber trotzdem vielleicht gucken, uns immer noch auf das Wichtigste zu konzentrieren. Mal ganz kurz einfach mal hier beide anprügeln, jup. Okay. That's okay. Okay. That's pretty damn good. Ansonsten gut, ich hatte nämlich nicht daran gedacht, aber ich hatte noch ein paar Bomben dabei. Wow, okay. Okay, die sollte ich vermutlich auch einfach mal gleich hier einsetzen, weil so viel hier herumliegt. Ah, sehr schön. Und dann gleich eine Öffnung. Nach unten. Ja, hier ist natürlich dann jetzt so ein bisschen das Problem. Okay, hier kommt gleich eine Party angeflogen. An den Gegnern. Das ist weit genug weg, vermute ich nicht. Jep. Wie jetzt erwarten war. Okay. Ähm. Ja, auch hier wieder ein größerer Bereich. Und wieder ein Gegner, der spawnt. Jep. Ja, so muss es aussehen. Keine Schotten. Keine Chance. Irgendwie lange mitzuspielen. What the hell is going on? Ich habe nichts modtechnisch getan. Ich hoffe nicht, dass sich die eine Mod, die ich da leider immer noch installiert habe, vielleicht muss ich mal wirklich die installieren. So, ich mache den einfach nur platt und hoffe, dass ich hier schnell genug wieder raus bin. Ein paar Steine wie Annik König, die müssen wir einfach langsam wieder mitnehmen. Wir wissen, da ist ein Ausgang, genau. Oh, hier ist so viel Zeug. Ansonsten, genau, ich wollte eigentlich was anderes gucken. Wie sieht es denn hier mittlerweile aus? Genau, wir haben nämlich schon mittlerweile Skills, die auf 11 hochgegangen sind. Das erklärt auch, warum in der einen Situation der Fishing Bar sich schon viel größer angefühlt hatte. Weil das dank dem einen Level passiert. Ich weiß, man hätte vielleicht auch überlegen sollen, vielleicht Summonberry Season auszunutzen. Aber ich sage einfach mal, das ist noch nicht der... Der größte Fokus für mich. Aber weil einfacher Wert vielleicht es ein bisschen interessanter macht, gerade, wenn man es weiter dann verarbeitet oder so. Aber ey. Die Tatsache, dass wir relativ nah dem Greenhouse sind. Oh, da müssen wir dann auch mal gucken. Da müssen wir uns preislich eh für den Sommer vorbereiten. Wir brauchen die Melons, wir angekündigt. Wir brauchen Fertilizer, wo wir schon so ein bisschen was bekommen hatten, dank den Lootboxen. Und dann müssen wir gucken, meines Saches Blueberries ohne Ende zu kaufen, aber auch gleichzeitig genug Geld über zu haben, damit wir die Saplings finanzieren können. Denn in der Sekunde, in der wir dem Greenhouse wirklich unsere Aufmerksamkeit schenken dürfen, geht es da nämlich dann mit den Bäumen los. Ich muss zugeben, ich würde es ganz gerne schon... Wird vermutlich nicht passieren, aber es wird mich vermutlich... Wird es nämlich Wurm eigentlich ist es Wurst, weil Bäume jeden Tag, solange sie in Season sind, jeden Tag halt was zu geben. Und so wie ich das Ganze schon durchgeplant habe, ist es egal, ob man halt einen an dem Tag und der andere an dem Tag anbaut. Aber lustig wird dann halt, den tatsächlichen bepflanzbaren Boden zu nutzen. Ich meine, ich weiß auch schon dort, was wir alles machen. Das wird alles super duper toll. Aber wir müssen jetzt erstmal ganz kurz... Ähm, bitte nicht umbringen. Äh, okay, fünf Level. Wie immer, wir wollen gerade hier mit dem Elevator des Ausnüssen möglichst tief nach unten kommen zu können. Ein Topatz. Lustigerweise sind das sogar welche, die ich durchaus gebrauchen kann. Einfach weil der Dwarf halt die mag. Und man die relativ häufig bekommen darf. Okay, kann ich den einfach hier? Ich bin mir nicht sicher, ob der da um die Ecke kommt. Ich finde es lustig, wie der da sein Leben verliert. Haha. Trotz des Missgeräusches lustig. Okay, gut. Sollte klar sein. Sollte es klar sein? Ich sag mal, überall andersrum. Ich werde die... die Charts, die ich jetzt in diesem Run gefunden habe, alle verkaufen. Das sind, glaube ich, jetzt schon 6000. Das ist eine Menge. Gerade, wo wir weiterhin noch nicht viel Geld machen. Aber auch dort, wenn wir dann irgendwann das gebacken bekommen, vielleicht alle Hühner zu haben. oder halt den Bar oder den Coop, sagen wir mal wieder um so rum, beide gefüllt zu haben, vielleicht tatsächlich schaffen, den meisten Tiere da mal einen Animal Cracker in der Zukunft runterzuschieben. Dann das Greenhouse wird uns helfen. Also, wir sind definitiv von der Kurvenverhältnis hinterher hängend, was ich kenne, an Geld machen. Aber es ist nicht so, als wären wir katastrophal. Ich hebe mir mal ganz kurz mal die Bombe auf. Man weiß ja nie, was hier noch entgegengeworfen wird. So hatten wir oben jetzt gerade, manchmal versucht man darauf zu achten, manchmal geht es einfach unter, gerade wenn man hier noch ein bisschen nebenbei redet. Hatte ich jetzt hier einen Weg nach unten schon freigearbeitet? Ich glaube nämlich nicht. Oh boy. Das fühlt sich schon sehr unglücklich an. Oh doch. Ich am Anfang. Okay. So. Eine doofe Spirale, ey. Oh boy. Gut. Nach den ersten paar, die wir bekämpft haben, uns nicht so glücklich angestellt haben. Bin ich natürlich froh, jetzt hier nicht wieder konstant Schaden zu nehmen. Wenn zum Beispiel hier mittlerweile sogar bei weitem cleverer diese Strategie zu verfolgen, sich neben einen Stein zu stellen, einfach weil man mit leichteren Waffen nach vorne gezogen wird und gegen mit schwereren nach hinten. Das heißt also mit unserer Dumpfbackenwaffe, die erlaubt Schatten, mit scheinbar die langsamste Waffe im Spiel sein. Da war es dann halt der Fall, dass wir nach hinten gedrückt worden sind. Okay. Nichts zu lachen, ey. Gut. Du bist doch fake, oder? Ja. Das denke ich, konnte man sehr gut sehen. hat mich viel zu nah dem anderen Stein. Okay, no. Ich werde es vielleicht bereuen, je nachdem, was da noch kommt. Okay, wo auch immer du herkommen mögest. Aber man, wir hatten ja glaube ich schon mal gesehen gehabt, dass die ganz gerne immer über den Bildschirm sich wegbewegen, auf der Suche nach einem, um getriggert zu werden. Ist nicht so, als würden die fliegen. So, ich hoffe wirklich nicht, dass ich das bereue, da hin zu laufen. Aber nur für's, weil ich ganz kurz tatsächlich den Beach nutzen mit Teleport Point. Ja, vielleicht mache ich das einfach. Ich mache das jetzt hier ganz kurz und das ist einfach Beach Time. Ich kann nämlich nicht garantieren, jetzt hier noch einen Ausgang zu finden. Oh, yes, baby. Ja, okay. Nicht der ideale Punkt, aber auch kein schlechter. Oh, drei von denen. Hier ist es leider, sagen wir mal, schade. Achso, ich habe da kein Ding dabei. dass die so nebenbei gedroppt werden. Denn das zählt offiziell als Mineral. Was also bedeutet in der Theorie, wenn wir deren eigenen die eine eigene Nord hätten, so rum, dann würden wir natürlich doppelt davon bekommen. Wie wir es ja mit den Diamanten und den Aquamarines und Co. mittlerweile sehen durften. Ich meine, es ist immer noch möglich, dass es auch existiert, nur noch nicht erhältlich ist. Das sieht schon ganz gut aus. Okay, gut. Nicht zu spät, obwohl wir vermutlich trotzdem nicht mit voller Energie spawnen werden. Nice. Sehr gut. Es geht aber. Es geht aber. Travelling Merchandist da. vielleicht könnte man uns mal wieder helfen. Welcome, your number one source. Genau, it's going to be clear in sunny und unser weather forecast sagt, du meidly bedürft. Okay. Hey, girl. What's up, girl? Good morning, dear. Smells good, doesn't it? Pondcocks. Okay, good session. I know you're busy. Yes, I am. Please, no body block. Gut. Das Zeug können wir einlagern. Also, Cactus könnte man jetzt natürlich überlegen, in die Fruchtbox zu tun. Ooh, schick. Dear Robert, I guess people didn't like, didn't take to PS Prime produce like I had hoped. Anyway, here's my old mini shipping bin. The next time you get your hands on some produce worthy of the PS Prime luxury brand, maybe you could have them shipped my way? Okay, hier haben wir jetzt das Ding in klein und der Witz ist tatsächlich nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mal ganz kurz gucken, ob es hier überhaupt noch anderes Zeug gibt. Das sind Zins. Das sind auch Fruits. Das ist ebenfalls Fruit. Ja, dann soll das ruhig alles erstmal darüber wandern. Alles klar. So, ich mach ganz kurz einmal hier das richtig. Dann kann ich nicht auf dem Weg gleich für Weißbrot was mitbringen. Gut. Das war genau hier das wollen wir ein das die Mini Shipping bin wenn ich richtig verstanden oder noch in Erinnerung habe ist dass man anders als bei den großen Boxen nur eine gewisse Anzahl an Sachen reintun kann. Ich glaube es sind neun oder irgend sowas. Das heißt also man muss sich vermutlich so einen gewissen Punkt schon überlegen wo man das hinstellen möchte um daraus Profit zu schlagen ich hätte keine Ahnung wo außer vielleicht so wie ein Fishing Punkt an dem Tag an der Jahreszeit der Spawn hat nur sechs Fische und man weiß das ganze Iridium Fisch wo wir einfach mal hoffen dass wir mehr in der Zukunft davon bekommen obwohl selbst dann würde man sagen auf einem gewissen Punkt will man ja das Zeug eigentlich weiter verarbeiten ich wieder mal nicht die beste rein folge ja irgendwie sowas I found it in a drawer somewhere oh noch eine thanks ist nicht das erste mal so genau die Bombe darf da auch noch rein oh weißboot nicht vergessen nicht weißboot vergessen nicht vergessen dass wir hier genau in dem Fall tatsächlich mal hey sogar da warum ich da Wasser gelassen habe Large Mouth Bath okay ist wirklich da drin nützlicher da wachsen noch weitere Bäume der Maschrum Qualität sehr schön okay gucken wir mal ganz kurz was haben wir hier das ist noch nicht die sind noch nicht das ist noch nicht es sind nur hier potatoes und hier ist schon am verabschieden müssen mal aufpassen okay natürlich potatoes haben wir bisher auch noch nicht reingeworfen logischerweise die schlechteste qualität kommt an unsere kunden gut ich habe immer noch zeug in der hand aber das können wir gleich noch machen wie immer wir nehmen beides raus weil ich nämlich nicht darauf achten möchte wie der zyklus aussieht okay also da haben wir vermutlich ist und kennt dürfen alle noch ein geschenk bekommen würde ich doch mal sagen dann tun wir das auch noch 21 hier schon wieder wow manchmal ist man sich nicht bewusst wie schnell das wirklich vorangeht wenn Leute klar sind dann nehmen wir das alles schön wieder mit ja und wichtig auch hier animal crackers die eierproduktion und co verdoppeln können wird dazu führen dass wir in der sekunde in der wir welche kriegen dürfen das ganze alles vermutlich bei ängstigen schneller verlaufen wird deswegen will ich dann auch unbedingt irgendwann gucken noch mehr hühner und ko zu haben nämlich hier hier radium yes okay wir haben es gleich wir haben es gleich so hier brauchen wir noch einen weiteren tag richtig das geht dahin das darf da rein gut dann gucken wir mal ob unsere bodies aus dem wasser irgendwas wollen yes gleich zwei auf einmal bring cookies und bring okay okay dwarf scroll three oh hier ist was kaputt gegangen oh no 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 moment haben wir hier keine hier geht eh keine straße entlang aktuell aber hier ist irgendwas kaputt gegangen und ich gehe davon aus dass es wirklich wegen dieser einen stelle da unten ist hier ist nämlich alles soweit in ordnung glaube ich hier habe ich keine how did oh 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 i see ich habe mich schon gewundert weil das ding nämlich neu gestarten hatte ja ja das problem ist in dem fall tatsächlich nicht dass die miteinander verbunden sind wir dürfen also das eigentlich hier nicht miteinander verbinden so jetzt kommt aber die große frage wo fehlt denn hier einer als erstes würde ich sagen ich mache mal ganz kurz das hier weg es muss ja irgendwo hier sein und hier ist noch keine straße mit dabei okay lass mich mal ganz kurz als erstes einmal gucken gehen was der merchant hat aber nur mit wir hier nicht die ganze Zeit herum eiern wenn wir schon in der ecke sind müssen wir ganz kurz einfach hin latschen oh an apple it's only one but it's mine battery packs no die werden wir hier regelmäßig entgegengeworfen bekommen von ham der rest ist nicht wirklich hilfreich schade ich hatte mir wirklich erhofft dass wir wenigstens drei äpfel oder fünf äpfel kaufen könnten dann hätten wir nämlich das schon geschafft aber gut dann wandert das einfach nur in die kiste erstmal okay also da haben wir zum Beispiel ein system das noch nicht so ganz es funktioniert deswegen auch hier unten da müssen wir noch straße hinzufügen ist ein problem ja weißt du was hier das was wir jetzt gerade haben ist überraschend wenig wert einfach weg damit war das richtig und damit noch was machen so das ist genau das was wir gerade getan haben okay gut nur sicherheitshalber so wir haben noch ein paar straßen über oder böden von mir aus ja die idee ist nicht verkehrt was wir bisher haben aber ich war mir gar nicht bewusst dass das hier noch ein fehler hatte oder zwei müsste man ja sagen weil hier der komplette weg fehlt genau damit geht das jetzt da lang auch noch mal hier so einsetzen damit wir hier besser hin und her laufen können whatever ist ein bisschen schade aber da können wir uns aber etwas anderes hinsetzen so ich dumpfbar gab natürlich jetzt hier die gucke ich vergessen so ich will mal ganz kurz gucken du warf genau drei ganz speziell seven monster drops 1.5 for slime 0.5 for others so also blue slimes werden in der theorie das einfachste los sind genau eisgegend ok cookies das können wir vorbereiten das haben wir nämlich aber ich würde sagen das wichtigste ist ganz kurz das kale abliefern das habe ich auch noch mit dabei in unseren ersten apfel und schon wieder die abgabe von dem vergessen jetzt werde ich gleich noch mal bei reddit gucken da noch mal irgendwas interessantes oh sehr schön hey genau yes give me your money nice so und dann wird gleich wieder jemand was no please keep fishing herring herring beach i kinda don't want to ähm ja mir sind meine fische aktuell wichtiger halt ähm ich werde mal ganz kurz gucken stardew valley dwarf scroll reddit was sagten ihr how do i get oh ne dwarf scrolls what to do with dwarf scrolls tips on finding i couldn't find the longest time i end up telling on 95 hat ich nicht darüber mal geredet jetzt wo ich gerade so überlege da war doch irgendwas hatte was in erinnerung mit 15 25 20 45 war da nicht irgendwas das wird einfach mal machen auf jeden fall müssen wir für die dwarf scrolls uns ins normale dungeon begeben dort ist die höchste chance so wie sieht denn das aus okay wir haben immerhin ein upgrade für die dinger schon ja das ist nicht die welt wir haben auch nicht dass wir heute nicht das glück auf unserer seite haben ja schön die falsche richtung thanks nein wir kriegen immerhin so ein bisschen garbage entgegen geworfen wird sich nicht komplett garbo anfühlt das ist wirklich die idee das ist ich glaube ich mal den ganzen anderen spaß hier das ist wirklich sowas wie 25 na oder wenn da hinten ist was deswegen ich meine es gibt viele unterschiedliche sachen die empfohlen werden für sowas wie man die finden kann vielleicht ist es auch clever einfach nur die ersten level abzuklappern weil ich glaube da hatten wir mal die höchste chance die zu finden naja genau es gibt vermutlich viele antworten die alle zum gleichen ziel führen können und was aber gehen wir tatsächlich einfach bei 40 45 irgendwie hin genau hier haben wir nämlich immerhin die ice buddies die sollen eine bessere chance haben das zu droppen wenn auch halt nur super duper schnicht trotzdem weiterhin oh hey immerhin okay dann lasst mich das ganz kurz mal resetten und dann suchen wir einfach ab 40 das ganze ab oh boy ja fühlt sich ein bisschen verschwenderisch an weil wir die zeit definitiv anders und besser nutzen könnten aber hey die kollegen oh ist das ein mini level okay oh nice genau dann haben wir noch die dust spirits die jetzt hier rumäumen naja gut ist wirklich das meiste zeug eigentlich ohne problem umliegen ich hatte zum spiel das hier auf den ganzen kisten nicht respawn aber ich glaube das wurde dann wie auch aus balance gründen gemacht weil man den teleporter bekommen konnte das sind viele dieser informationen die ich jetzt hier gerade in meinem kopf habe wie oh wann wo muss man suchen hatten wir das nicht als problem dass wir die letzte nicht gefunden hatten und dann dementsprechend nachgelesen hatten gut möglich nur die zeit gerade mit zwei wochen pause wo man das ganze hier den safe nicht weiter gespielt hat das verzerrt so ein paar sachen nee das was ich hatte hier genau das war mit den mit den pressen dem ja mit dem jelly richtig mit dem jelly war das der witz dass man die ersten da wir so ein bisschen ab hier 15 things abklappern weiter immer nämlich erhöhte chance ist ob das slime spawn genau glaube das war es wiederum okay dann lasst uns hier einfach mal durch die allerersten level machen vielleicht haben wir einfach glück und finden das wirklich hier so am anfang uns eine schöne zahl die wir gerade an geld herum liegen haben drei da hinten ist ein extra ja das ist problem natürlich man hat sich auch ein bisschen das desert festival gewöhnt wo man einfach die teleporter nutzt um da seine belohnung zu bekommen alles gut ist immerhin stein mit dabei so hier könnte man jetzt mal überlegen das zu testen noch mal sicherheitshalber es hieß glaube ich drauf und scoots können halt von den von denen durch von wo auf soll ich sagen genau von hier dem umflügen gefunden werden aber auch von slimes oder einfach wenn du pech glück hast von allem anderen auch was zumindest hier so ein bisschen in dieser mine herum auch okay also cave carrots haben wir jetzt mal wieder aufgestockt da werden wo die nie wieder mit problemen haben kann man wir können natürlich auch anfangen wieder back me zu sammeln ja vermutlich sollte man es einfach tun damit man weiß wenn das quest als repeat kommt dass man vielleicht schon mal den anfang gemacht hat ja fühlt sich nach so einem verschwendeten tag an schon also wir werden versuchen rechtzeitig nach hause zu kommen würde wenigstens auch die cookies da rein schmeißen können und hier wieder mal gar keine gegner so überhaupt nichts achso wir haben ja noch genau wir haben ja noch eine andere sache die wir eigentlich machen müssen genau das ding die iridium bars müssten wir eigentlich haben hey guys muss ich da wirklich mich nochmal reinlesen wie das richtig funktioniert was die richtige idee ist dafür ich wollte das zeug einsammeln und hatte nicht realisiert dass dann der leiter gespawnt ist dass wir so mit der leiter dann sofort interagieren sehr schön einer für die liste ja das wie groß ist die explosions reichweite einer was für ein ausgang geholfen hey level 10 so hier ist noch mal ein guter punkt denke ich okay also merken 11 ist einer wo man hier noch mal was findet gehen denn extra ja also wir werden jetzt tatsächlich für doofe fischies die danach schreien die nach war auf den scrolls suchen beziehungsweise dwarf scroll 3 no wir haben keine also dann sollte es natürlich auch klar sein wenn jetzt da questies bezüge existieren sollte man vielleicht überlegen yes i know i'm tired no machen wir noch einen tag ja wir machen noch einen tag okay wir müssen noch die cookies holen und abgeben und dann würde ich ganz gerne gucken ob wir schon 20 iridium haben für die statue das wäre natürlich auch schon mal echt beeindruckend so was habe ich hier bikini top nice okay oh 115 okay so damit haben wir eine statue gut die statue besten wäre natürlich irgendwo hinstellen wo wir wissen da müssen wir dran vorbeilaufen ww 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 cookies und da kann man cookies herumlegen alles klar so wer wollte was ihr wolltet cookies ihr wart die anständigen modell war ich hier nicht dran warum wurde jetzt noch mal so viel zeug nachgeworfen halt noch ich gelsagen ich schmeiße das ding hier hin laufen nämlich genau daran vorbei ab ins bett 15.000 deswegen ja man hat so ein bisschen aufwand dabei man muss da hingehen die betätchen und dann deren eier einsammeln aber sonst geht es eigentlich relativ zügig so choose one weiter scheint zu find ohr plus one ohr vom ohr notes das ist natürlich ganz klar besser holy moly so waifu ist draußen gut ich fange mal an ich denke das sollte man mal grundlegend tun wir haben hier einiges abarbeiten ich will mal schon mal so ein bisschen anfangen sachen hier aus zu sortieren gerade von dem wo wir wissen das haben wir ja jetzt schon gemacht wird übrigens auch noch sachen genau verschenken das hat natürlich auch noch mal angriff nehmen das sonderrein wandern flower geht nach drin das zeug da von mir aus hier ein bisschen lassen sie es mal zu den anderen einfach das besser zu den anderen hinzulegen oder hier weiß dass ich das einfach hier so was haben wir hello i'm not good at writing dann lese es auch nicht gut so die gauchis nah und not like this okay gut dann gucken wir mal ja ich sage jetzt einfach mal ich erspare mir jegliche weitere sache für jetzt diesen letzten zeitraum war einfach darauf dass das was wir haben wir uns noch sachen produziert außerdem baut kaffee an das wenn die überlegung obwohl ich dann eigentlich nie das mal wir werden das noch abwarten wenn ich einfach gucken dass man genug melons baut wird wir dort einfach wissen dass wir auf der richtigen seite sind und dann könnte man das machen oder land place 5 ok was ist das eigentlich noch in meinen händen genommen genau das zeug wird ihr aufgebraucht zehn tage ja aber deswegen wir machen hier einfach so ein kleines bisschen denn wir werden aber den bereich da hinten nutzen ich glaube das ist einfach besser anstatt hier fälchen zu haben die wir da nicht nutzen so ich komme gleich zu euch keine sorge zinger mir hier oben noch 99 herum liegen wir haben einiges an wein schon gesammelt wo man sagen muss 38 479 ist leicht enttäuschend ja genau hier sind auf jeden fall schon so ein paar sachen noch drin das darf da noch hinzugefügt werden das kommt raus doch irgendwas ich jetzt dringend machen wollte muss außer logischerweise um die tiere kümmern ach so ja genau den wollte ich noch mal ganz kurz anmachen damit die sports die hier mal bei den autonoma vollständigkeitshalber wenn ich ihn treffen würde gut hello die schweine sehen alle ein bisschen erwachsener aus ich hoffe ich habe gar nicht das schwein gemolken vielleicht werden wir da jetzt demnächst irgendwann mal ups belohnt das ganze ist jetzt glaube ich tatsächlich noch mal ein bisschen größer geworden ja definitiv und wir könnten ein weiteres tier in unsere gruppe aufnehmen das ist der hase im nachhinein hätte man dann vermutlich das nicht wo war ich gestern bei dem händler ja war ich habe den einen apfel gekauft richtig ok wir gucken einfach mal ob da noch jemand unten noch irgendetwas schreit aus der schweiz offensichtliche ja ok das wird dann gleich beginnen genau jetzt hier drin aus da ist noch mal ein nächstes der zwischenzeit hinzugefügt worden schick da könnte man mittlerweile überlegen schon mal wieder was mitzunehmen aber wie immer nur halt so viel dass wir immer noch einen von allen über haben denn wie angekündigt ich traue dem spiel nicht dass er noch irgendwann mal sagt hey ich hätte gern das davon was wir waren das vermutlich nicht allzu viel gut wir haben uns um unsere tiere gekümmert wir haben unseren buff geholt zum ersten mal sieht es eigentlich aus von xp aber sind schon gut dabei wir haben die felder neu aufgefüllt dann wird es vermutlich jetzt darauf hinaus laufen noch mal ganz kurz zu gucken was wer the burglars ring what is the burglars ring bergars ring ist ein item kann beobtained by jill jill whoever 500 dust sprites ach das ist das ding was ich haben will genau genau das ist der gute ring das war dann der andere ring den ich haben weiter und für was ich das brauche doch zwei ringe die ich haben will ok wir gucken ganz kurz ich wollte eigentlich geschenke mit mir wurde richtig wir müssen ja noch fischen gehen dann irgendwas haben wir zu bringen mit 10 codes ok das kriegen wir hin ich möchte mich um das fishing na you know what sorry will ich weiß wir haben uns da so ein kleines zupfel abgezogen von dem bulleten ding aber dafür bin ich dann gerade ein bisschen zu sehr auf andere sachen fokussiert haben wir jetzt eigentlich von dem wasserfall und dem anderen das ding damit genommen das beängstigt wie scatterbrained man in dem spiel werden kann ich habe immer noch in erinnerung dass man die ersten fünf level überspringen soll wenn man da auf zu wenig sachen trifft die relevant sein könnten weiter da nachher richtig wir brauchen hier schon wieder ein bisschen hintergrund geraten aber zum buch haben wir hier die hervorhebung gleich noch mal ganz kurz gucken ja da ist noch mal einer und den da nehme ich auch mit und von mir aus auch den großen ja so das könnte jetzt wirklich fies sein je nachdem wie richtig da habe ich so gewisse level die so richtig dunkel waren da hinten ist ort er hat mich an meiner schuhspitze berührt und das gab schaden brechheit ja dadurch dass es hier aufsammeln ist leider auch kein bonus dabei oder doch doppelt die frage ist ob man jetzt nicht ganz bewusst kurz zu klint umdreht genau was ja sollte man machen einfach damit ich es abgeben kann bevor schon wieder seinen laden schließt man könnte es auch nachträglich machen aber muss ja nicht sein quarry müssten wir auch mal wieder vorbeigucken nee das wird eigentlich wenn man beim quarry alles umpflügt das kann nicht clever sein so ich glaube das muss ich dir das geben oder reicht es so recht so du bräuchst du hast auch noch einen ähnlichen rabbit kaufen ein rabbit mach ich denn doch jetzt lieber das fishing quest weil ich weiß ich habe nicht die zeit tatsächlich was anderes zu treiben okay dann lass uns aber trotzdem ganz kurz vorher einmal oh artifact trof oh damn da kommt gelegentlich mal noch was gescheites dabei rum obwohl wir mittlerweile ja eigentlich auch schon relativ viel haben wir machen es trotzdem auf so process oh da war immerhin einer dabei und vor allem gleich doppelt so donate erst mal collect machen wir dann danach da gibt mir einen weiteren teil eines dinosaurier dingens oh und ein totem also entweder haben wir den gerade eben bekommen oder das war natürlich ein 2 in 1 deal okay jetzt gehen wir erstmal rüber holen unseren hasen ab ich hoffe der hase ist nicht wobei hoffentlich nicht zu weit vom preislichen vor allem wir brauchen ja noch drei weitere tiere für den coop 8000 soll in ordnung gehen aha hier nic hobo now rabbit one d genau aha hier ist die statue nice aber auch da bleiben okay gut und jetzt hieß es heringe fangen ja wir verschieben das wirklich auf später Panican Beach, genau. Wollte nur mal sicherstellen, dass es da noch eine Stelle gab. Ist eigentlich clever, in dem Fall auf der Straße zu laufen. Wenn wir jetzt bei uns auf der Farm sind, ist das ein Unterschied. Ah, genau. Okay. Dann versuchen wir doch unser Glück. Fünf Stück hieß es, ne? Es könnte einiges und Zeit fressen. Wir haben auch keinen irgendeinen, genau. Keinen Blödsinn noch mit dabei. No. Ja, also man merkt vielleicht auch schon mittlerweile, ich fische nur, wenn ich wirklich noch muss. Eigentlich ist mittlerweile alles auf Tierprodukte oder einfach nur Skullcavern-Produkte fokussiert. da ist auch so ein bisschen schade, dass halt die Crab-Pots halt nicht irgendwie interessanter werden. was man auch überlegen könnte. Wir haben ja mittlerweile angefangen, legendäre Fische zu fangen. Da gibt es nämlich auch Mods, die diese legendären Fische ein bisschen interessanter machen. In der Hinsicht, dass man sie tatsächlich in Fischpons tun kann. Heißt also, da kann man sie dann halt reproduzieren lassen. Kann, was auch immer sie dann in einem droppen mögen. Das wird dann halt logischerweise von der Mod bestimmt. Dann noch extra Sachen bekommen. Denn aktuell, wie man ja gesehen hat, wir haben sie ins Community-Seite hintergeworfen und im Endeffekt ist es Wurst, dass die existieren. Der eine, der dem mit am nächsten ist. Hey, hey. Von den legendären Fischen ist ja der Lava-Ear. Warum habe ich gezogen? Einfach, weil der so schwer zu fangen ist. Und der ist immerhin interessant, weil er halt Sachen droppt. Aber wir haben jetzt ja auch schon mitbekommen, jetzt will er eine Sache, die fast ein Beginner-Item ist und nicht einfach so gezwungen sagen wir es mal tatsächlich aufploppen möchte. Okay, der Erste. Ich frage mich, was passiert, wenn dann die Mod uns einen zweiten entgegenwirft, ob das auch zählt. So, ich glaube, das war einer von denen, der gerade eben sich so überhaupt nicht bewegen wollte. Ich weiß, was Gescheites. Ich sag mal, nicht wirklich. Aber wir haben schon wieder das Problem, dass wir gleich einen Platz mehr haben. Und ja, das ist ein selbst auferzwungenes Problem, weil ich zu faul war, nochmal nach Hause zu latschen. Ja, aber natürlich wäre es bei weitem einfacher bezüglich des Fischens, wenn man die Throne ignorieren würde. Und vielleicht nicht jeder Fisch in vier Versionen kommen würde. Dann hätten wir bei weitem mehr Platz noch. Okay, ab einem gewissen Punkt müssen wir jetzt sogar tatslich überlegen, ob sich das hier lohnt, das weiter zu treiben. Denn das große Problem ist jetzt nun mal Perfekt. Von denen habe ich schon einen angefangen aufzuheben, ne? Einfach, weil wir vielleicht es einfach nicht gebacken bekommen für heute. So, wie lange sind die hier unterwegs? An den ganzen Tag oder bis 18 Uhr oder irgend so was? Ne, den ganzen Tag. Come on. Deswegen, man sieht auf jeden Fall jetzt definitiv die ganzen Flaunen da sind aufgetaucht. Na, sagen wir mal, Willi ist meistens ganz gerne immer noch mal in der Taverne unterwegs oder im Salonoffizier genannt. Ist also nicht unmöglich, ihn auf dem Rückweg vielleicht noch abzufangen. Müssten jetzt vielleicht nur noch ein bisschen mehr Glück haben. Das ist er nicht. Ah, der Hariboots kommen raus. Der Hariboots sind glaube ich auch noch mal ein bisschen kniffliger. Ja, ich ignoriere das Ding immer ganz kurz. Ah, dann war es noch nicht mein Hering. Dachte so sehr, wie der da unten chillt. Aha, ein bisschen aggressiver. Das ist der erste von denen und unsere Taschen sind voll. Okay, dann haben wir fünf von denen gleich. Ähm, ja. Den könnte man von mir aus einfach hier kurz reinwerfen. Das Ding ist ganz klar mehr wert. Ja, nicht alle mehr wert. Die würde ich ganz gerne nicht mehr einfach so loswerden wollen. Das ist alles ein bisschen schade. Wir haben wirklich kein Glück, ne? Wie immer, keine Ahnung. Da müssen wir in der Liste gucken, wie schwer der Fisch tatsächlich zu fangen ist im Verhältnis vielleicht zu den anderen. Aber zwei nach, keine Ahnung, sagen wir mal zehn fängen. Ja, das wäre eigentlich noch eine ganz gute Quote. Das müsste eigentlich schon höher sein. Okay, drei. Auch noch nicht direkt aufgeben, scheinbar. Der kam gefühlt ein bisschen früher als die ersten beiden. Ich würde es aber nicht vergessen, unsere Energie geht auch langsam in den Keller. Oh, das sollte ich nicht machen. Da dürfen wir uns gleich drum streiten. Oh, das ist sogar ein Hering. Okay, den lege ich einfach an und den hier vermutlich einfach irgendwie. Ja, die Carrot. So ein bisschen schade, dass man die Carrot nicht dann einfach essen kann, anstatt sie wegzuwerfen. Ja, ein bisschen schade, das jetzt so ein bisschen zu verschwenden, aber gleichzeitig der Sonarbobber ist nicht so interessant. Warte nur darauf, dass er am Samstag sich entscheidet, immer zu Hause zu bleiben und jetzt einfach die Tür zugemacht hat. Come on! gib mir meinen Hering, bevor ich hier gleich umkippe. Nicht ein Halibut! Überraschend passiv ist. Nicht gerade irgendwie gesagt, dass die bei weitem mehr wären. Soviel haben wir 40 noch. Ach, come on! Scheidet es jetzt wirklich bei 4 von 5? Also, ich sag einfach mal, im Endeffekt war es vermutlich die richtige Entscheidung am Anfang des Tages, wo wir gesagt haben, lassen wir es einfach dabei. Okay, der ist mir ein bisschen mehr freundlich, sich nach oben zu bewegen. Vielleicht ist das der Witz, dass sie gleich nach oben gehen und dann ganz bloß nach ganz unten fallen. Wenn wir das jetzt ein paar Mal beobachten durften. Okay, nach oben geschossen und ja, okay, das ist deren Verhalten. okay, damit hätten wir das zurück. Willi ist oben. So, und man hat es vielleicht für die Sekunde, in der ich die Karte offen hatte, vielleicht gesehen, wenn nicht, dann ist auch noch nicht so schlimm. Der hat jemand Geburtstag heute, aber dadurch, dass wir den schon aus dem Maximum gebracht haben, wie auch immer die Person entweder sein möge, ist das hier jetzt kein Thema. Uns den Fünnfischen fangen wir trotzdem eine ganz schöne Aufgabe. Hallo, everyone. Hey, you succeeded, Robert. The Haring is an exciting catch. Don't you think? One time I caught the size of a small motorbike. What? Eindockend. Okay, wer hat den Geburtstag? I don't know. Zu viele Leute hier. Oh, you two is holding up. If they ever need repairs, just come by my shop. Zum Glück müssen nicht repariert werden. I've really grown attached to Marni's chickens. Oh, hey, Kent is here. Ist unten immer schon im Tisch gewesen? I always see Clint here, but he won't talk to anyone. He just glances over his shoulder now and then. Tja. Judy tells me you have really become a part of the community. I'm glad to hear it. I've thought about growing some crops, but I think I would feel bad having to clear out all the white plants to make space. Ja, haben wir irgendwas dabei, was ihm geben können? Emerald, Life, Alexia, and Ruby are from yours. Hey, now is a great gift, I guess. I'm isn't responding. She is dead again. Hi there, Robert. I'm glad to see you. Yes. Do you ever think about the eclecture of fabric, Robert? Each texture has a distinct personality. Feel my dress, see? Sure, I want to feel your dress. Don't listen, Hayley. In Clint, don't look. I don't know. Okay, then we have here today just before, a little a little bit in the bed to go. We can eh nothing more really make , see you. We can see you. fish like, no, with a like christen that is not. Yeah, man could you recycle, recyceln. Auch hier wieder like und like na, weg damit. Achso, ich hätte vielleicht gucken können, ob die vielleicht nochmal interessant sind, aber genau, einer die sind so interessant. Okay, die hatte ich aufgehoben, hieß es, ne? Wegen dem C, ach nee, wegen dem da. Okay, dann hebe ich die sogar beide auf, denke ich. Jo, das, denke ich, ist eine gute Idee. Okay, das darf noch da draußen hin. Wir haben den einen Zettling von der Ticketmaschine gleich bekommen, ne? Okay, okay. Anne, time to go to sleep. Gut, und damit kommen wir für heute hier zum Ende. Ich hatte eigentlich so ein bisschen damit gerechnet, dass dieser dritte Tag, den wir dranhängen, nicht so ein langer wird, so wie die ersten beiden im Endeffekt, aber als man dann natürlich anfangen hatte, sich zu überlegen, um zu gucken, einerseits oder aber auch natürlich andererseits, was man hier jetzt mit den Heringen noch machen muss und die dann versuchen zu fangen, dann hat sich das nochmal ein bisschen gezogen. Aber ich sage aber mal, im großen Ganzen ist das nicht so das größte Problem. Ich bin jetzt bedankelig für das Einschalten. Ich hoffe, hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.